Leute, die World Finals, also die League of Legends Weltmeisterschaft, kommen nicht nur nach Europa, nach Deutschland, sondern bis nach Berlin. Letztes Jahr in Korea war schon geil, dieses Jahr in Deutschland, vor allem in Berlin, wird aber nochmal eine Schippe raufgelegt. Dem Ort, wo wir für euch Tag ein, Tag aus League of Legends Content produzieren und auch live übertragen. Letztes Jahr in Korea war das schon ultra krass, wenn man sich diese Stadionbilder anschaut, diese Stimmung. Dieses Jahr ist bereits das Final nach elf Minuten verkauft gewesen. Keine Tickets mehr. Das einfach mal zeigt, wie groß das Interesse der deutschen Szene ist und wir sind die deutsche Szene. Und wir wollen als deutsche Übertragungs-Troux euch da draußen das fetteste, krasseste, übertrieben geilste Event aller Zeiten liefern. Das wird das Größte, was League of Legends Deutschland jemals erlebt hat. Ihr könnt euch vorstellen, das wird das Geilste. Wenn wir veranstalten, genau hinter mir, auf der anderen Seite des Flusses, hier in Berlin, an der Spree, unser eigenes Public Viewing. Das ganze Event wird in einer riesigen Arena stattfinden. Trefft uns live, seid mit dabei. 3.000 von euch können da Platz finden und können sich Tickets sichern. Unsere Community, ihr und wir. Wir werden die krassesten Gäste aus dem LCS-E-Sport-Bereich vor Ort haben. Das wird das Krasse, was wir je gemacht haben. Und ihr seid der Teil, auf den es jetzt drauf ankommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020